Musik Isidor, gratuliere ich dir recht herzlich zu dieser Wahl. Das Resultat war recht teidlich. Hättest du das in dieser Teidlichkeit erwartet? Vielen Dank für die Gratulation und vor allem, dass man mir die Gelegenheit gibt, solche Fragen zu beantworten. Die erste Frage kann ich eigentlich beantworten. Nein, ich habe es mit dieser Teidlichkeit nicht erwartet. Du warst ja schon mehrmals in einem zweiten Wahlgang, in dem du in Regierungsrat oder zuerst wiedergewählt wurde. Ist man das jetzt doppelt oder viel mehr erleichtert, dass man nicht in einen zweiten Wahlgang muss, weil man weiss, was das für Strapazen bedeutet? Der zweite Wahlgang hat Strapazen, aber ich könnte locker sagen, ich habe die Erfahrungen gemacht, ich könnte mit einer Strapazen leben. Aber in der Tat ist man mehr als glücklich, wenn man beim ersten Wahlgang das Resultat erreicht hat, das einem reicht. Wenn man aber schaut, dass ich mir 175 Stimmen beitragen kann und ich brauche heute weit über 6000 Stimmen, dann muss ich natürlich auch davon ausgehen, dass es schwieriger ist für mich oder für die anderen Gemeinden zu überzeugen, warum man den Baumen wählt. Also man muss zuerst einen gewissen Bekanntheitsgrad haben als Oberländer? Der Bekanntheitsgrad ist das eine, aber das andere, die Leute müssen einen einschätzen können. Und wenn man in einem anderen Umfeld aufgewachsen ist, dann geht es halt ein bisschen länger, bis die Leute einen so kategorisieren, wie er wirklich ist. Man kann ja zweifeln, hat er es nicht, ist er ehrlich, redet er für die Kulissen oder ist er ein sture Politiker. Und meine Art von Politisieren war eigentlich seit allem Anfang immer die gleiche gewesen, dass ich zu dem gestanden bin, wo ich als Richtung angeschaut habe, ob es gut oder schlechter ankam ist, dass ich mich für das eingesetzt habe, für die Mehrheit gut ist. Und ich glaube, es sind immer mehr Urnerinnen und Urner, die das heute eindrücklich an mir quittiert haben. Ja, es ist ja so, wenn du jetzt den Ständerat gehst, bist du ein halbes Jahr lang gleichzeitig noch Regierungsrat. Gibt es eine gewisse Doppelbelastung oder wie willst du mit dieser Doppelbelastung umgehen? Das ist ja so, es ist eine Doppelbelastung. Die Doppelbelastung hatte jetzt Gabi Hohe Breite. Von daher habe ich mit ihr schon gesprochen. Ich weiss auch, wie es war, als sie dort in den Nationalrat gegangen ist und bis Ende eine Legislatur fertig gemacht hat. Das wird man meistern und ich habe mir auch Grundsätze eingeprägt. Die Turnerinnen und Turner haben mich zuerst zum Regierungsrat gewählt und erst jetzt zum Ständerat. Also steht für mich klar bis Ende Mai des nächsten Jahres die Regierungstätigkeit im Vordergrund. Und dann muss vielleicht der Ständerat einiges oder anderes ein bisschen zurückstehen. Ich bin aber auch sicher, dass meine Kolleginnen und Kollegen mir sehr wahrscheinlich sagen werden, wo ich gescheider bin, je nach Geschäft. Und darum ist diese Zusammenarbeit und das Vertrauen in der Übergangszeit enorm wichtig. Es gibt jetzt für den Ständerat noch einen zweiten Wahlgang. Die CVP ist da eher in einer glücklichen Ausgangslage. Kommt jetzt die CVP noch mit einem zweiten Kandidat, um den Verlornungssitz zurückzuholen? Erstens bin ich nicht zuständig, die Frage zu beantworten. Zweitens hatte die CVP bis heute Nachmittag um 2 Uhr keinen Grund, sich mit dem schon zu befassen. Ich kann mir aber vorstellen, dass jetzt die Diskussion wird kommen, wie geht man im zweiten Wahlgang strategisch um mit den verbleibenden Kandidaten oder die Frage, versucht der CVP das wieder zu holen, was sie vor einem guten Jahr verloren hat. Und ich gehe dafür aus, bis morgen, übermorgen wird man das erste Signal dann auch irgendwo hernehmen können. Ja, ich danke dir, Isidor, für dieses Gespräch und wische dir viel Glück und Befriedigung in deinem neuen Amt. Danke einmal, Elias.